Und jetzt ist der Fall mit Foxen, mit klassisches Foxen, 3 x 2 Ego-Türmen. Der selbstbekamte für heute Abend. Und dazu brauchen wir unser Ringwächter. Es ist angelegt, den Empfang mit mir mit Blaue Necke. Der Ende ist die Sache. Und den Abschluss von der Ege, den Empfang von der Ege. Und der Zeitgegner in der Roten Ecke. Und der Zeitgegner in der Roten Ecke. Der Limar weg ist sehr wichtig. Das ist ein Problem. Ich möchte ihn mit explorern. Und der Schmerz ist ein Problem. Der ist ein Problem. Und der Schmerz ist ein Problem. Wir kommen zu den Jungs! Und die Schmerz ist ein Problem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Die letzten Instruktionen, Jungs, lasst mal erst die Grünie raus, die brauchen wir noch. Nein, Anne, steuert es nicht. Nichts. Geht. Steuert es nicht. Ist okay. So, es ist angenichtet. Rückrei zur ersten Runde. Oh, wahrscheinlich. Gut. Vielen Dank. 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 Super. Vielen Dank. Six. 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 I don't know my answer You'll be here I don't like you Second round, reply to a dritten und letzten Runde I don't like you 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 Vielen Dank.